Auf Wiedersehen! Manche Männer jagen verzweifelt der ganz ganz großen Liebe hinterher. Andere haben ihr Glück bereits gefunden. Ah. Manch einer sucht seine Traumfrau im Internet und erlebt dabei unangenehme Überraschungen. Frank, Alter, du bist wirklich krank. Niklas, gib uns wenigstens eine Chance. Wir haben doch nächtelang gechattet. Oh Gott. Andere Männer werden ganz entspannt Familienvater. Und dann gibt's auch noch Typen, die sind einfach nur crazy. Lass dich knoddeln. Au. Mann, hab ich dich vermisst. Mann, 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 Scheiße, hab ich dich vermisst, Bruder. Deine Eltern glauben, dass du schwul bist. Wieso das denn? Tja, das frag ich mich ja.